Wissen Sie worum es gilt? Dr. Wolf, Sie Wüstenfuchs. Im Moment hat kein Geheimdienst Informanten im Irak. Aber uns ist da jetzt jemand vor die Flinte gelaufen. Und dazu bräuchte man mal Ihre Einschätzung. Sie sind doch Irak-Experte, oder? Ich bin Experte für Biowaffen. Er war drei Jahre da unten. Wollen Sie jetzt seine Qualifikation anzweifeln? Du sagst, dass du mit Antrax-Journalisten arbeitest. Kein Passport. Ich weiß nichts. Ein Pass? Ja, das können Sie vergessen. Du sagst mir etwas. Dann bekomme ich dein Passport. Du bist ein realer Freund. Ich halte seine Geschichte für absolut plausibel. Ein absoluter Knaller! Das muss raus! Sollen wir nicht auf eine Validierung warten? Ich höre immer nur warten und krieg gleich schlechte Laune. Jawohl! Bewegen Sie Ihren Arsch her! Ist die Geschichte erfunden? Doktor, bin ich froh, dass ich nicht Sie bin. Don't worry. Wir sind die guten Leute. Wir arbeiten für den US-Governement. Warum denken die Amis ein Curveball wäre eine aktive Trelle? Sehen Sie doch mal den politischen Zusammenhang. Ich sehe nur, dass es Krieg gibt. Justice will be done. Also irgendwann muss ich die Notbremse ziehen. Nicht schlappen. Sonst machen wir uns komplett lächerlich. Wir haben das hier hergehe. Nein! Die Wahrheit ist nicht wichtig! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nein! Die Wahrheit ist nicht wichtig! Die haben nur Bockmist verzapft. Ich...